Wow! War nicht so wie er sollte eigentlich. Nee, der Typ ist ja direkt weg. Immer noch, oder? So. Erstmal. Munition holen. Der hatte gar keine Waffe mehr. Wow. Was hat das gemacht? Wow. Beschossen ist gut, Junge. Wow. Naja. Herrje, die schmeißen schon wieder mit... Die schmeißen schon wieder mit den Dingern durch sich. Wir sind nicht. Wir sind nicht. Ich sehe einen. Schließe! So. So. Hier ist keiner mehr. Hüp. Achtung! Feind gesichtet! Warum darf ich dieses Scheiß? Fast nicht. Äh, ja. Ja. Okay. Und wie kann ich das fast nicht treffen? Und... Boah, ich könnte schon wieder kotzen. Haut er mir doch tatsächlich einfach so... ...ne Granate um die Ohren. Ah, jetzt reicht's. Ja. Very funny. Egal. Dann holen wir uns eben. So unser Snipergewehr. Und... Ja. Geht's hier erstmal wieder zurück. Und ja, da ist durchgeladen. Huch. Mal froh, das ist immer gut. Missionsziel erreicht. Oh! Eine versteckte Mission! Wir haben die Flotten... Pläne... Ähm. Flotten... Blablabla. Genau. Die Flottenpläne der Japaner gefunden. Auch nett. Und dann... Wir bringen uns hier mal weiter. Auch dass da noch mehr Japaner kommen würden. Woher ist die herkommen irgendwie. Weil mir das vorher eigentlich egal ist. Solange sie schnell... Gehen. Mach ihn fertig ums! So, der geht auch nicht so mal hin. Boah! Aus nächster Nähe. Geil. Aus nächster Nähe habe ich den grad... Eiferpaar. So. Dann laden wir hier jetzt nochmal schnell durch. Das Teil hier wird auch nochmal schnell durchgeladen. Und dann geht's hier weiter. Und wir haben noch... 5 Minuten. Ja. W. U. Ok, dann könnte ich das halt sehen. Das... Mal Imländer haben zielen einfach. Ich seh' ihn nicht. Wo? WTF? zeigen wir sehen dann machen wir das es geht los, Jungs, Vorsicht Leute, da kommen sie, Achtung, sie kommen, da kommen sie wow, die haben mich gesehen hier Junge, bleibt mal hin, ne Ah nein, und der duckt sich natürlich genau in dem Moment, wo ich abkriege Junge, 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 leg den scheiß Verband an wow, das war knapp das war mehr als knapp noch zwei, dann sind sie alle ja, das wird ja, zwei, ich bin mal gespannt, ob ich überhaupt noch zwei brauche hier ich hoffe es ja mal nicht das wäre nämlich, das wäre ja ja mal schade haha, guter Witz, ja ja mal schade, gell ähm, ja äh dann noch brauchen wir nicht zu gehen irgendwie grundsätzlich, wenn ich hier das Let's Plane anfange geht meine Nase zu äh, ohren auf äh, ne, nicht wirklich, aber na, ihr hört's ja fail und ich hab vergessen erstmal nachzuladen genau so wie hier ganz toll, egal bis da die 150 und hier die 250 Schuss durch sind das dauert eine Weile also erstmal speichern und dann geht's weiter äh ach die letzten zwei Minuten schauen wir nochmal schnell was dann im nächsten Part so kommt mhm ich würde mal jetzt so grob sagen zwei Leute, die man sieht zwei Minuten Zeit der, der macht nichts mehr das ist jetzt nochmal probiert ansonsten wird halt mal wieder zusammen gehälstelt äh irgendwie kippst du da hinten endlich um gehen wir holst ihr euch ah der sehen wir auch in Zeitdukungen gekippt wow erstmal wieder Entdeckung okay so wollte ich das jetzt eigentlich nicht ganz aber wow hier hätten wir dann mal alle nachher so da gibt es keinen mehr da gibt es auch keinen mehr da gibt es auch keinen mehr so oh nein ja Bewegung Bewegung hier hört grad ganz richtig die Zeit um der Wecker klingelt da oben da oben Jimmy Munition sparen Munition sparen sie sind übungen boom ah zurück alle zurück ich hab grad gesehen da bewegt sich noch wir kommen wieder ach einer zuckt noch ach komm ich hab jetzt keinen Bock nachzuladen mach mal das ganze mal so da ist keiner mehr da ist keiner mehr das ist besser als zu laufen das ist besser als zu laufen los gehts jungs so ja ich hoffe ich hab jetzt nicht überzogen ansonsten fehlt euch jetzt gleich was aber egal äh ja ich sammle hier jetzt noch ganz schnell die Munition ein und dann beenden wir auch den Part hier komm schon Tommy worauf wartest du weil hier hört es ja die drängeln und drängeln und drängeln das ist nicht mehr schön so wenn der nachher gucken wir nochmal schnell hier draußen hier ist keine Munition für uns hochgut also ihr seht ja hier sämtliche Munition die ich hab kann nicht sämtliche Munition worauf wartest du äh mit vielen Handgranaten wie es so geht äh ja schmeißen wir mal eine weg ihr seht es da ja so ja im nächsten Part geht es dann damit weiter komm schon Tommy worauf wartest du was es damit genau auf sich hat ich seh dir dann also tschüss bis zum nächsten Mal